Moin Moin meine Lieben und Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kriegs. Und ja, wir versuchen weiter. Wir haben jetzt ja schon gesehen wie viele Vogelmenschen hier unten leben, die sich auch nach einem legendären Buch suchen, was sie auch in den Händen hielten und dann leider verloren haben. Ärgerlich für die, aber wir werden schon rausfinden, worum es geht. Die werden auch mehr größere Komplexe, die Rätsel hier. Mal gucken. Geben, ich mache das? Ich bin in der Riesenuhr, wie man sieht im Hintergrund. Guck mal, wofür die, wofür die Schalter sind. Nein, ich musste nur wegheffen, ach man, ist auch dumm. Jetzt haben wir das Licht an. Guck mal, wofür die Schalter sind. 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 Guck mal, wofür die Schalter sind, wofür die Schalter sind. Heike korrig zu sorgen, wofür die Schalter sind. werdegesnend... Wyso muitos 것 filters. Stimmt. Stimmt. Da sind die Beine gefahren. Ja, nicht zu gut. Du musst den da hoch, was erstes haben musst du spüren. Das heißt, ich muss den locken? Da sind alle drei gekommen. Aber ich brauche... Ich brauche, was ich zu spüren? Ich brauche, was ich zu spüren? Da muss ich mal ganz kurz gucken, welche sind. Also ich muss ihn hier rütteln, oder? So, so. Jetzt haben wir uns eigentlich ganz schön zurück. So, so. 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 So. So, so. So, so. So, so. nicht ganz so clever. Doch, hier waren wir aber schon. Ich weiß es nicht genau, dass gleich wo wir vorher waren. Oh, das ist jetzt weiß. Ich meine hier noch schon. Das ist richtig dumm. Mit mir nicht, dass ich hier erst runterspringen soll. Gut. Das sieht ja genauso aus wie das, was wir ja schon beim letzten Mal gemacht haben. Nur von der anderen Seite irgendwie. Okay, aber jetzt sehe ich das gerade erst. Was ist das denn? Diese Lampe kommt erst später runter? Okay, das geht nicht. Die kommt erst später runter, die Lampe. Da muss ich kurz warten. Jetzt ist die Lampe da, okay. Die Lampe. Das ist die Lampe. Mir geht es nicht. Es ist ein Ding. Oh, ja. Warte mal, da habe ich gerade ein Denkfehler, glaube ich. Wie soll das denn funktionieren? Jetzt macht das Ding da auf, aber das da fällt ja nicht da hoch. Hey, das war irgendwann ein Fehler drin, oder? Das Ding auf. Ah, was bringt mir alles? Blöde Küter? Ach, das warte mal, jetzt weiß ich noch, was da liegt ja dann. Okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, ah Mist. Oh, zack. Start die Szene kurz neu. Nein, ach Mann. Das wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Die können direkt das nochmal anfangen. Jetzt weiß ich, wie es geht. So. Was ist jetzt? Dann ist das gleich im Schmeilen. Dann nehme ich den. Okay. Nein, ich weiß nicht. Okay, aber ich muss weit weg. Dann mache ich es dir oben ja auch nichts klar. Okay, ich will dir liegen. Äh, jetzt müssen die Klappen besser aus. Das war's für heute. Das bringt ja nichts. Das muss ja woanders hinfliegen. Was ist denn das denn? Was ist denn das? Ich kann es nicht sein, ob ich das nicht anspricht kann. Da. Was ist denn das? 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 Kann ich die Steine runtergehen? Das ist ganz komisch. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh Mann Mann Mann, also das blick ich gerade echt nicht. Was ist denn das? 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 Okay, das war ja natürlich ein bisschen crazy, ob sie es so gemacht hat, aber egal, ist es geschafft. Okay. Na gut. Got it. Oh! Okay. Habe ich gesehen? Okay, für einmal. Oha! Oha! Oh! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh! Oh ja! Werde? 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 Ne, ne. Tak jo. Jo. Ne. Tak ne. Tak jo. Ne. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne, ne. 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 Lustig. Na gut. Super. Aber hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. Eueroc... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020